und da alex hast du jetzt aufgenommen dann passt es ja ja was ich bin schon seit zwei stunden am arg spülen achthalb neun ja das sind ja keine zwei stunden ja dachte ich auch aber dann musste der eine der wohnte mit seiner freundin zusammen aus unserer klasse der musste dann die haare trocknen und bürsten und dann waren wir zu dritt zu viert alter philip ist so richtig dämlich in letzter zeit ich hab's gar nicht gerafft ich fand es einfach nur witzig dass frees und ich rechtzeitig gelacht haben und dann ging es einfach so weiter dann musste ich na gut dann bin ich jetzt wieder weg warum kommst du die ganze zeit her und was wieder weil ich auf nebenbei von anderen tss bin und spiel gut dann hat sich die sache her oder das macht ok was ich spiel mit denen halt ja ihr kommt nie online ich alleine ja wir haben mit uns mit frees heute verabredet er hat mich angerufen und wir wollten counter-strike suchen deswegen konnten wir nicht herkommen und dann haben wir jetzt noch ne folge aufgenommen die wollte ich jetzt eigentlich ablohnen ja dann will ich meine rk wieder was ist daran so witzig ich hab grad nen witz gelesen ja das witzige jetzt war nicht witzig jetzt sag doch einen augen Junge jetzt sag doch du scheiße äh 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 jetzt sag endlich Junge ne das ist immer lustig halt dein maul halt dein maul ja aber hast du mir gestern die rechte gegeben von meinem channel ja ich hab sie gestern die rechte gegeben äh Alex jetzt sag mir trotzdem was mit meiner ahja sag mir trotzdem was mit dem rk ist ich sag mir trotzdem was mit dem rk ist ne egal jetzt sag mir trotzdem warum du vor so gelassen ist wichtig nach meiner rk gefragt hab naja ja ich seh nix aber ich hab gehört du spendierst die runde auf was nein nein ich ich hab mein feuer dem rk boah der kam richtig scheiße nein du gibst jetzt meine rk zurück hat er überhaupt kein vulkaninventar ja er hat meine vulkaninventar ah ganz hinten muss die sein er hat keine vulkaninventar alex ja gibst mir zirka ja kriegst die welcher kaa ja und wann hm das ist geheimnis aber es steht ein datum fest und philip kennt dieses datum ja mach doch einfach die aquamarine oder so und hol dir dafür ne vulkan und gib die für oh da ist ne vulkan einsatz erprobt ja ja alex ne mal ein bisschen schneller hier da ich weiß nicht was er vor hat aber es ist ein schlechtes vorhaben ey das ist ein sehr gutes vorhaben wenn ich dabei drauf zahl du hast voll geil dann geh ich ins fitnessstudio und dann lernt mich alex mal von der anderen seite kennen auf dem richtig anderen ja aber dann geh mal zu Vitox und dann kannst du zu mir kommen ok so nach deutschland geh ich nach deutschland geh ich du Vitox ist mal hier Vitox ist nicht da ist du da gibst du zu wenn du dich scammed das ist doch nicht besser oder hä Ja, Alex, dann gibst du, dass du ihn endlich scammst, Junge. Ja, okay. Das heißt, wenn ich sag, ich hab dich gescampt, dann hab ich nicht rufen, oder was? Nein. War ja klar. Ich weiß, wer gleich gebannt wird. Ja, ich hab schon ein CS-IP rausgesucht, an die normale Depth-IP. Nein. Na gut, ich bin jetzt wieder weg. Okay. Aber wer noch weg ist. Was? An ihm? Dein ABP? Ich dachte eigentlich an Alex. Achso. Scheiße. Hallo, wie der Scheiße. Alles klar. Buddy, disconnected from your channel. Ich dachte, wer noch weg ist, dein ABP. Ich dachte, ich werde jetzt gebannt. Ich wusste gar nicht, wer das gesagt hat. Das war eigentlich der Witz, den ich erzählen wollte. Ja, ja, ich hab's mir schon gedacht, dass du's probierst, aber... Warte, 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 was hast du? Was wolltest du? Ich hab versucht, einen Martin aus meinem Channel zu kicken. Und was hast du davor gesagt, dass das so witzig gewesen wäre? Nein. Nein. Ich hab als du gesagt, na Nix wird ein Witz gezählt. Und dann hab ich gesagt, ja, ich kenne auch noch einen Witz. Und dann wollte ich Martin kicken, aber ist nicht gegangen. Das ist mir ein Witz gewesen. Scheiß admin. Ich hab noch deine Skins, Philipp. Wo sind eigentlich deine Skins hin? Meine Skins? Kalaschnikow und so. Oh, nice. Wo ist das alles hin? Sag mal, wisst ihr, was noch weg ist? Hör auf. Martin, sein Knife. Martin, sein Knife? Martin, sein anderes Knife ist auch weg. Er hat zwei Knife verloren. Eins wurde gescampt von Polen, von Mati, äh, von Vito. Sein hat er beim Betten verloren, weil es ein Auffall ist, Alter. Ey, ich hätte niemals einen Flipknife-Slaughter im W-O-Fucking-Rip-Skins gewettet, wo er da war, Alter. Der Kripple, Alter. Er so, er so, ey, das ist so witzig gewesen, der Abend, da war ich ja dabei, ne? Er war besoffen, ne? Nein, war er nicht. Aber guck mal, er kommt so, ähm, hier. Ich glaub, er kommt so in, in TS, Alter, wie... Oder so, er hat jemand nach Hause gesetzt, Alter, den Snipe. Ich setzte sein Knife und die M4 für 200 Euro. Die Haul 500 Euro, der verklankte. Ja, wie dumm kann man eigentlich nur sein, Alter. Ich musste noch ein Traitover senden. Ich hab noch deine Pantherskins, die Scout und die M4. Ja. Machst du kurz? Mach ich, mach ich. Kann man sonst nicht traden? Ja. Ich wollte dir sonst grad einen Offer senden, aber geht nicht. Okay, warte. Soll ich an... Ja, nicht annehmen, ne? Ja, ich hab's in der AK verloren. Ah, so. Und das hab ich ihm noch nicht erzählt. Hehehehe. Deswegen hast du ne Scheiße betauft, lieber! Du Scheißkisse, Alter! Scheiße! Ich muss ihnen das gleich reichen. Ich hab viel Spaß, Alter. Ja, Enduja ist gegen Tygnitas und Enduja hat verloren. Sad story, Bro. Sad story. Auf 3, Alter. Hehehehe. Komisch! Bisher sind nur meine Skills noch nicht draufgegangen. Ich frag mich, wann die kommen, wie viel du hast. Gar nicht. Weil die sind nice. Vor allem, die sind halt kaum was wert, dass es sich nicht lohnen würde. Nö, das ist mir ja egal. Ja... Dein Maul, Alter. Ist halt von dir her. Aber das von Adix ist halt. Ich dachte das wär safe... Irgendwie... Irgendwie war Kalashnikov doch nicht so safe, Alter. Ich muss kurz offerb-bestätigen. ドン! Hallo, komm. Steam App. Das funktioniert bei mir voll oft nicht. Das ist voll dumm, Alter. Aktualisiert das nicht. Ja. Ja, denn siehst du das immer nicht. Ich so wieder, ääääICK. Nein, du hohe Sohn! Philipp, weg los. Was? Ja, beichten. Bin hier nicht beim Papst. Was beichten? Was meinst? Ich kann das nicht bestätigen, Mate. Funktionieren ja nicht. Ich muss nochmal... Oh, da ist er. Ja, gerade eben. Das ist nicht irgendwie drei Minuten her oder so, aber... Das kenne ich, wer dir das anzeigt. Ja, ich hab den Offer gesendet. Oh, ich hab den Offer bekommen. Oh, den Offer! Ey, blit! Boah, immer wenn ich Martin sehe, stelle ich mir irgendwie so einen Fisch vor Ort, er einfach an Land gekrochen ist und nicht mehr weiterkommt. Hä? Halt schon mal auf! So ein Krüppelsohn, Alter! Dann einfach so ein Fisch, Alter! Dann einfach so ein Fisch, Alter! Voll nice, Alter! Ich hab jetzt schon voll die Penta Collection, Alter! Nice! The only Penta, oder? Nein, also ich hab schon einen Sick Cock, aber... Ich muss mal annehmen, so! Oh, es ist wieder nice, Alter! Es ist wieder richtig nice! Baby! Baby! Hörst du auch grad Justin Bieber halt jetzt mal einen Scheiß? Ja, nein, jetzt mal ohne Witz, Alter! Ich zieh das grad rein, Alter! Du hörst das voll oft, irgendwie! Ja, ich find das voll nice, Alter! Ich find die Musik echt voll gut, Alter! Und ich drück nichts! Und ich drück nichts! Ich hab meinen neuen Puddy an und das bringt irgendwie kein Glück! Ich hab meinen P... Ähm, bist du da? Ähm... You can... Shoot... In the arm! Fick, der schockt! Der weiß nicht, wo ich bin! 92 in 1! 92 in 1! Mach mal, Digga! Wie, was sagst du? Hä, vor allem, der hat nicht mal gecheckt, wo ich bin, Alter! Alex, du nimmst doch auf, bitte, oder? Ja! Digga! Ey, das... das witzige... Ey, es ist halt so witzig, Alter, dass der selbst... Ey, guck mal! Ich schieß zweimal! Ich schieß zweimal! Und er denkt, ich stehe in Double Door! Das ist ja kacke! Und du machst Geräusche wie E.T., wenn er vom Dach springt, du Apfel! Hahaha! Seit wann springen E.T. vom Dach, Junge? Ja, hast du die Extended Edition? Nein! Nein! Er bohrt halt das Fahrrad und... Und dann springt er vom Dach, um zu testen, ob das Fahrrad funktioniert, oder... Ich hab da leidlich am Krebs... B, B, B! B! Ich glaube, ja! Das ist not... Oh, eine Grenade! Ja! Not... Oh! Und... Triple Kick! Oh, Baby! Ein Triple Kick! T... Lass mir den letzten, ich hab Pumps an! Ich krieg viel Geld! Was ist das? Der ist rechts, rechts! Ah! Nee! Ich hab wieder einen vorab! Ich hab wieder einen! Oh! Let's go! LOL!